Der Ausschauberg Kaffenberg Was so viel bedeutet wie der Ausschauberg. Schon 1173 nach Christus, damals wurde die Burg erstmals urkundlich erwähnt, wussten die Menschen den weiten Blick von hier aus über das Mürztal zu schätzen. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts kamen die Grafen von Stubenberg auf den Kaffenberg und erbauten die Burg im heutigen Stil, als Wohn- und Verwaltungssitz. Im Jahre 1992 schließlich kaufte die Stadt Kaffenberg das historische Juwel und gleichzeitig wurde mit umfangreichen Wiederinstandsetzungs- und Restaurierungsarbeiten begonnen. In diesen alten Mauern sind sie gespeichert, die 500 Jahre alten Geschichten über Ritter und ihre Gelage, über Herrinnen und deren Geheimnisse. Heute lädt die Burg zu Festlichkeiten und Veranstaltungen ein. Faszinierende Ausstellungen entführen in längst vergangene Zeiten und viele modernst adaptierte Räumlichkeiten stehen für geschäftliche und private Treffen zur Verfügung. Hier lebt das Mittelalter wieder auf und von der kleinen Prinzessin bis hin zum großen Armbrustschützen weht der Hauch der alten Geschichte. Greifvögel ziehen ihre Bahnen um die Burg und wenn sie manches Mal etwas tiefer fliegen, so nur aus einem Grund, um den Zusehern ein wenig die Wildheit ihrer Herkunft zu vermitteln. Wo früher einmal die Schlafgemächer der edlen Ritter waren, sind heute modernst ausgestattete Seminarräume. Und in den Kellern, wo einst so mancher Gefangene sein Dasein fristete, wird heute auf das Feinste diniert. Einmal im Jahr ist jedoch alles so wie früher. Dann, wenn Menschen aus ganz Europa zu einem der größten Ritterfeste bildern. Dann wird wieder gekämpft, gesungen, gelacht, als ob keine Zeit verstrichen wäre. Was sich über die Jahrhunderte hinweg hier zugetragen hat, ist keinesfalls vergessen. Ganz im Gegenteil. Diese Geschichte bildet den Rahmen und das Flair für ein modernes Zentrum für Kultur, Tradition und hochwertiger Gastronomie. Geschichte erleben, mehr erleben. Die Burg Oberkapfenberg Untertitelung des ZDF, Tradition und hochwertiger Gastronomie. Die Burgessung 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 des ZDF, Tradition und hochwertiger Gastronomie. Vielen Dank.